Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, ich habe mir noch was einfallen lassen zu meiner I Rock My World Academy, weil das so grandios ist und weil es so ein Herzensprojekt von mir ist, möchte ich euch anbieten, dass ihr nächste Woche an der Zusatzwoche, an der Sonderwoche, ich werde alles, was ich jetzt erzähle, noch dazu posten. Auf jeden Fall habt ihr nächste Woche die Möglichkeit, zwei Gratis-Coachings mitzumachen in der Akademie. Den Anmender-Link werdet ihr dann noch im Text finden. Und zwar ist es so, dass am Donnerstag um 19 Uhr, nein, falsch, am Dienstag, den 26.11.19 Uhr ist das erste Coaching und dann am Donnerstag, am 28.11. das zweite Coaching. Ja, und wenn du daran interessiert bist, mehr zu erfahren, wie das laufen kann, wie so ein Coaching aussieht, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, mitzumachen. Diese zwei Wochen, du wirst mit Sicherheit, äh, diese zwei Termine, du wirst mit Sicherheit profitieren. Nur allein schon in diesen zwei Coachings wirst du einen riesen Haufen an Klarheit gewinnen. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du alle drei Monate dabei sein willst. Es wird dein Leben transformieren. Und du sollst bereit sein, wenn du mitmachen möchtest, das auch umzusetzen. Weil darum geht es mir. Ich möchte Ergebnisse haben in der Akademie. Ich nehme es echt ernst. Ich werde mich für jeden Einzelnen zu 100 Prozent einsetzen, dass er das erreicht, was er sich wünscht. Dass er zu der Persönlichkeit wird, die er wirklich ist und schon immer war und das auch bis in jede letzte Zelle spürt. Also, wenn dich das interessiert, dann liest du das lange Posting durch und melde dich einfach ganz unverbindlich an. Wenn du eh schon weißt, dass du mitmachen möchtest, dann melde dich bei mir. Dann kannst du natürlich noch von dem Vorteilspreis profitieren bis zum 25.11. Auch das steht ganz genau drin, welche Vorteile du hast, wann du und wie du noch aussteigen kannst, alle Zahlungen. Also, ich möchte super transparent arbeiten. Genauso wie das für mich stimmig wäre, wie ich das gerne habe, dass alles ganz klar auf den Tisch kommt. Wenn du Fragen hast aus diesem Grund, schreib sie mir. Halte dich nicht zurück. Ich weiß, dass es eine riesen Mega-Chance ist, endlich in die Umsetzung zu kommen und nicht mehr irgendwo weiter zu lesen, Inspirationen zu sammeln, sondern ins Tun zu kommen. Es ist so wichtig. Ich weiß selber, ich habe, keine Ahnung, ein oder fast vielleicht sogar zwei Jahre damit verschwendet, bis ich mich endlich getraut habe, die Schritte zu tun, die notwendig sind, meinen Herzenswunsch, meine Herzensmission in die Welt zu bringen. Allein ist es schwer und deswegen machen wir es zusammen. Also, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich wünsche dir alles Liebe. Ciao. Ciao.